Sag mal Silvia, was machst du am Sonntag? Sonntag Westritt gegen Club Röge. Ah, du auch? Ja, ich spiele auch. Sonntag um 6 Uhr hier am Kierbeck. Und scheinbar gibt es einen Family Fan Day. Kommt deine Familie auch? Ja, natürlich. Ich bringe die ganze Familie mit. Das ist gegen Club Röge. Ja, sicher. Dann bekomme ich... ...misschien wel... ...iedere Opa, Oma. Ich weiß nicht, wie er danach kann kommen. Ja, warum nicht? Ja, das finde ich eine tolle Idee. Also, euch Fans auch. Bringt so viele Kinder wie möglich mit. Eure Familie, Opas, Omas. Egal. Die Kinder sind alle willkommen. Sonntag um 6 Uhr am Kierbeck. Bitte komm mal zur Stadion. Ciao, ciao.